Herzlich willkommen zu diesem Video zusammen mit dem lieben Erik. Wir haben was ganz, ganz Tolles anzukündigen, mit dem du jetzt von zu Hause aus sofort Geld verdienen kannst, ohne auch nur einen einzigen Cent in die Hand nehmen zu müssen. Und zwar wollen wir mit dir unser brandneues Partnerprogramm für den CBO Mastery Fundle mit dir teilen. Warum machen wir das Ganze? Der Erik und ich hatten unseren Launch mit der CBO Mastery gehabt. Wir sind rein organisch gelauncht, das heißt, wir haben keinen einzigen Cent in Ads gesteckt gehabt und haben wirklich sehr, sehr viele Kunden aufgebaut. Sehr, sehr viele glückliche Kunden, die mega happy sind, die schon ihre ersten Erfolge mit uns gerade teilen. Und wir haben uns dann gedacht, okay, wie können wir jetzt die nächsten Schritte anleiten? Was wollen wir als nächstes machen? Und haben zu uns gesagt, gut, lass uns ein Partnerprogramm aufbauen, damit wir jedem Einzelnen der A-Kunde der CBO Mastery ist oder der einfach, sage ich mal, eine große Reichweite hat, der selber seinen Kunden, seinen Interessenten, seinen Followern einfach einen extrem hochwertigen, sehr neuartigen Facebook-Kurs teilen möchte, wo sie von der Pike auf alles Schritt für Schritt lernen, bis hin zum absoluten Profi und den fortgeschrittenen Strategien. Und das zu einem, sage ich mal, Preis, den sich jeder leisten kann. Auf Englisch affordable, es ist super leistbar für jeden Einzelnen im Verhältnis zu dem, was du normalerweise da draußen zahlst, für so ein Premium wissen. Und bevor wir jetzt selber den kompletten Markt mit Ads aufräumen, wir fangen jetzt an, selber YouTube, Facebook-Ads und so weiter zu schalten. Aber bevor wir da richtig hochdrehen, wollen wir mit dir ein Partnerprogramm teilen und dazu eine Challenge, wo du noch absolut, sage ich mal, geile Preise abräumen kannst, die wir gleich auch mit dir teilen werden, wo du noch mehr verdienst als wir. Und das einfach nur über Instagram, Facebook, deine E-Mail-Liste, deinen Blog, deinen Podcast, was auch immer du hast, teilen kannst. Und selbst wenn du das nicht hast, werden wir dir A, kostenlose Strategien in dieser Videoreihe mitgeben und wir werden dir bezahlte Werbestrategien mitgeben, die du sofort anwenden kannst, um konkurrenzlos in dem Sinne, weil wir nicht eine Konkurrenz sein werden, sondern wir werden erst später mit Ads richtig losfallen, sobald diese Challenge fertig ist, konkurrenzlos loslegen kannst, dieses Programm zu bewerben und richtig fett abzusahnen. Das heißt, wir werden hier drei Videos machen. Dieses Video ist im Prinzip die Ankündigung und die Erklärung des Partnerprogramms. Was erwartet dich? Welche Preise? Wie viel kannst du abräumen? Was passiert da? Im zweiten Video werden wir mit dir organische Strategien teilen. Wir werden mit dir teilen, was wir machen würden und wie wir das gemacht haben, um organisch selber jetzt schon eine ganze Menge Umsatz zu machen und wie du das auch machen kannst. Also das heißt, ohne bezahlte Werbung. Und im dritten Video werden wir mit dir Strategien teilen, wie du mit bezahlter Werbung extrem profitabel unser Programm bewerben kannst und das mit unseren Werbemitteln und alles, was da so dazugehört. Erik, mein Lieber, leg los. So, ja erstmal schön, dass du dir das ganze Video komplett anschaust bis hierhin. Vielleicht vorab mal ganz kurz. Das hier wird kein 0815-Standard-Affiliate-Programm. Du kennst bestimmt, es gibt bei Digi-So, es gibt bei CoopCard, gibt überall kein Spanien-Produkt, kannst du den halt so einen Affiliate-Link raussuchen, kriegst manchmal die Hälfte Provisionen, dann ist gut. Aber das ist für mich nicht wirklich ein Partnerprogramm. Ein Partnerprogramm ist für mich wirklich, weil es heißt ja Partner. Was ist für mich ein Partner? Ein Partner zum Beispiel ist für mich einfach Nick. Ich und Nick sind ein schöner Partner, wir machen coole Sachen zusammen, macht Spaß. Das ist für mich ein Partner. Und deswegen haben wir ein Partnerprogramm ins Leben gerufen, wo ich für die Leute, für meine Partner, für meine Filiz da bin, dem Material, den ich gebe, mehr Provisionen als ich selbst bekomme und dann noch On-Top-Preise mit dazu. Wir gehen das Ganze einfach mal ganz entspannt durch. Was gibt es überhaupt zu verkaufen? Was haben wir überhaupt? Und was kannst du daran mitfinden? Ich mache hier mal ganz kurz Bildschirmfreigabe an, zeige dir mal hier ein cooles Bild, wo du mal siehst, was sind eigentlich unsere ganzen Produkte und was sind die ganzen Preise dafür? Hier erstmal deine Provision, das ist einfach ein Bild, was du auf der nächsten Seite auch finden wirst, wenn das Video online geht. Du siehst erstmal hier, unser Hauptprodukt ist die CBO Mastery, unser Kometter Facebook-Kurs, wo du wirklich lernst vom Grund auf von, ich weiß nicht, was Facebook ist, zu dem Punkt, wo du wirklich mit vierstelligem Tagesbudget Facebook-Rates profitabel schalten kannst mit CBO zu einem wirklich eigentlich lachhaften Preis. Das heißt, das Ding ist Kometter No-Brainer. Und du verdienst daran 58 Euro an den 97. Du kriegst mehr Provisionen als wir selbst, wenn dieses Ding verkauft wird. Die ganzen Seiten siehst du gleich noch zu dem Produkt hier, wie das Ganze aussieht. Auf dem Bestellformular gibt es einen Order-Bump, abwendet sich das Ganze zum kleinen Haken, die Leute mitnehmen. Die ersten sieben Tage kostenlos, deswegen nimmt das auch fast jeder mit. Und das ist unser Abo-Modell, Perfekter Funnel. In Perfekter Funnel gehen Nick und ich einmal im Monat einen ganzen Funnel, sei es von der Konkurrenz, sei es von uns selbst, sei es von anderen Teilnehmern. Wirklich von, okay, das ist die Werbeanzeige zu dem Punkt, wo Leute was kaufen können, komplett mal durch. Analyse ihn das Ganze, warum funktioniert der überhaupt und wie kannst du ihn für dich und dein Business genauso umsetzen. Abo-Modell kostet 19,90 im Monat und du kriegst einfach 9,95 pro Monat pro Kunde. So, nicht nur einmal, sondern solange wie der Kunde eben mit dabei ist. Und da es jeden Monat neuen Content gibt, ist dir wahrscheinlich etwas länger mit dabei, bleibt sehr, sehr groß. Und natürlich dahinter ein Upsell, das ist kugelsichere Ads. Was ist kugelsichere Ads, vielleicht kurz erklärt. Im Prinzip ist kugelsichere Ads einfach ein Backup-System für deine Facebook-Accounts. Wenn du schon länger bei Facebook unterwegs bist, dann hast du bestimmt mindestens einmal das Problem gehabt, dass du morgens reinschaust und dein Werbe-Account weg ist und du dich umschauen kannst, wo du dein neuen Account herkriegst, wo die Daten wieder herkommen, weil die Pixeldaten weg sind. Oder wenn es ein Kunden-Account war, was dann noch eine Schufe schlimmer ist, kannst du dieses unangenehme Kundengespräch führen. Ja, du müsstest einmal einen neuen Account erstellen. Der ist abgeraut zum dritten Mal diesen Monat. Wie das nicht mehr passiert, wie du dir ein siebenstelliges wirkliches Backup-System aufbaust, wo du A, dir deine Accounts nicht mehr abbrauchen und B, wenn es doch mal passiert, du mit allen Daten, wo du die erstmal behältst, in der Minute auf einen neuen Account wechseln kannst und weiterhin Gas geben kannst. Das ist der Absell kugelsichere Ads. Der Preis 189 Euro, du verdienst daran 75 Euro. So, jetzt kommt noch was on top. Wenn du selbst Kunde bist bei uns, zum Beispiel selbst die CBO Mastery gekauft hast, dann schreibst du uns eine Mail und du kriegst für die CBO Mastery 10% hierzu noch on top. Das Gleiche gilt jeweils für die drei Produkte. Das heißt, wenn du irgendwo Kunde bei uns bist und du das Ding selbst bei uns gekauft hast und den Selbstkundergebnissen mit der CBO, schreibst du uns kurz eine Mail an die info at cbomastery.de, wird auch bestimmt irgendwo noch stehen oder eingeblendet werden, je nachdem, du wirst es schon finden, kriegst nochmal 10% on top als Provision. Das heißt, du kriegst hier nicht 58 Euro, sondern nochmal 10% on top, also nochmal irgendwann knapp 10 Euro mit dazu. Gleiche gilt hier auch, 10% mehr und wenn du das aufgekauft hast und selbst Kunde bei uns bist, dann kriegst du für jedes Produkt nochmal 10% Provision on top als Dankeschön, dass du unser Kunde bist. Und ja, so sieht das Provisionsmodell aus. Das sind die drei Hauptprodukte. Um die geht es und ich mache das mal kurz wieder aus. Nick, hör du mal kurz weiter rein. Ja, also wichtig, beim ersten Produkt gibt es 60% Provision, beim zweiten, beim Abo-Modell, sind das 50% Provision und beim dritten Produkt, beim Upsell, bei den kugelsicheren Ads, sind das ganze 40% Provision. So, und wie Erik schon gesagt hat, wenn du CBO Mastery gekauft hast und du willst das Produkt bewerben, schickst du uns eine E-Mail und dann stufen wir dich manuell hoch auf 70% Provision bei der CBO Mastery. Wenn du Perfekter Funnel gekauft hast, dann stufen wir dich von 50% Provision auf 60% Provision hoch und wenn du kugelsichere Ads gekauft hast, dann stufen wir dich von 40% Provision auf 50% Provision hoch. Das heißt, du verdienst bei allem genauso viel wie wir mit oder sogar mehr. Ja, und das ist das Ziel, vor allem beim ersten Produkt, was halt weggeht, die warme Semmel im Prinzip, da verdienst du gleich schon den größten Teil und hast damit auch natürlich guten Puffer, wenn du beispielsweise Ads schalten willst und selbst wenn du nicht Ads schalten willst, hast du schon mal echt gutes Geld verdient, wenn du selbst organisch mal ein paar Sales reingebracht hast. Das dazu. Du findest natürlich unten den Link zur Seite, wo nochmal alles erklärt ist und wo wir dir auch erklären, wie du im Prinzip an deinen eigenen Affiliate-Link kommst. Ja, dazu brauchst du einen CopeCard-Account. Wir rechnen über CopeCard ab. Warum rechnen wir über CopeCard ab? Weil CopeCard einfach von der Handhabung her, von den Conversion Rates auf dem Bestellformular her, von der Ladegeschwindigkeit und allem, was da dazu gehört, einfach mit Abstand das beste System ist. Gleichzeitig dazu sind die Transaktionsgebühren bei CopeCard deutlich geringer, was bedeutet, dass du wieder mehr verdienst. Das heißt also, dadurch, dass wir einiges an Prozenten bei CopeCard einsparen, verdienst du natürlich mehr, weil im Endeffekt, wenn wir einen anderen Zahlungsanbieter haben, der beispielsweise 7,9 Prozent oder manche sogar 10 Prozent nehmen, ja, dann wird das vom Gesamtverkaufspreis runtergerechnet und dann wird erst aufgeteilt. Und so haben wir beispielsweise deutlich unter 5 Prozent, die wir als Transaktionsgebühren zahlen. Das heißt, uns bleibt dann nochmal deutlich mehr Geld übrig, einmal auf deiner Seite, einmal auf unserer Seite und die Conversion Rates sind nachweislich auch deutlich höher, zumindest bei unseren Projekten. Bei CopeCard kannst du dir einen kostenlosen Affiliate-Account erstellen, ja, da kriegst du ebenfalls auf der Seite einen Link, da klickst du drauf und da kannst du dir auch einen kostenlosen Vendoren-Account machen. Das heißt, wenn du beispielsweise Vendor bist und du möchtest deine Infoprodukte verkaufen oder deine Coachings, dann hat CopeCard beispielsweise heute eine Aktion gestartet, dass du A für die Nächsten, dass du A für deinen Vendor-Account nichts zahlen musst. Das heißt, du musst keine 97 Euro im Monat für den Vendor-Account zahlen und du musst auch keine Jahresgebühr zahlen. Das ist komplett kostenlos für dich, ja, wenn du über den Link bestellst, beziehungsweise über den Link, dir den Account machst, einen Vendoren-Account, den wir dort auf der Seite markiert haben. Und wenn du selbst Infoprodukte verkaufst, Coachings oder Dienstleistungen über CopeCard, dann zahlst du nicht die ursprünglichen 4,9% Transaktionsgebühren, sondern nur noch 3,9% Transaktionsgebühr, was der absolut geringste Standard ist, den es gibt, sage ich mal, auf den deutschsprachigen Markt an Zahlungsanbietern für die nächsten drei Monate. Das ist eine gesamte Aktion, die sie gerade gestartet haben. Das heißt, wir sparen dort ein und wir haben natürlich deutlich mehr Flexibilität und deutlich höhere Conversion Rates, ja. Das heißt, wenn du bei einem anderen Zahlungsanbieter warst, dann musst du dir dann auch nochmal einen Account machen und der ist, egal ob du Vendor bist oder ob du Affiliate bist, kostenlos für dich. Das heißt, da kannst du direkt dann mitmischen und es geht super schnell. Da kriegst du ein Erklärvideo von uns, wie du an deinen Link kommst. Und das Geniale ist, wir haben selber mehrfach das Affiliate-Programm jetzt getestet von CopeCard. Das Geniale daran ist, dass die Cookies, die CopeCard platziert, so standhaft sind, dass selbst meine gängigsten Tools, die ich nutze, um Cookies zu löschen, die nicht wegkriegen. Das heißt also, ich lösche jeden Tag meine Cookies beispielsweise und habe dann mal ein paar Testkäufe gemacht und die Testkäufe wurden Affiliates zugerechnet, auf deren Links ich davor geklickt habe. Das heißt, die Cookies waren immer noch gespeichert. Das bedeutet für dich, dass wenn du jemanden auf die Links schickst, egal ob über bezahlte Werbung oder ob es organisch ist, dass auf jeden Fall, selbst wenn sie heute nicht kaufen, sondern erst in 30 Tagen, dass der Sale immer noch dir zugerechnet wird und zugerechnet werden kann, weil sie auch Multi-Device-Tracking haben. Das heißt, das ist auf jeden Fall super, weil in der Vergangenheit gab es mit anderen Zahlungsanbietern immer wieder Schwierigkeiten, dass Sales nicht richtig zugerechnet wurden und hier haben wir das jetzt mehrfach getestet gehabt und haben hier wirklich festgestellt, okay, das funktioniert wirklich bombensicher. Das heißt, dass du auch garantiert deine Sales bekommst, selbst wenn es erst mehrere Tage später zu einem Sale kommen wird. So viel erst mal dazu. Erik, was hast du noch zu sagen? Wir haben Preise, genau, die wollten wir noch erwähnen. Wir haben Preise, dazu kommen wir jetzt, kommt der ganze spannende Part, neben unendlich viel Provisionen, neben den ganzen guten Vorteilen mit CoopCard und, 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 gibt es dann natürlich auch noch on top zu den mehr Provisionen als wir schon, nach Preise. Das ist auch der Grund, warum wirklich ein echtes Partnerprogramm nicht nur hier ist, hier ist immer ein Link, mach mal was, neben Materialien, dazu kommen wir später noch ein bisschen, die du auch von uns kriegst, da ist für organische Sachen, sei es eins zu eins Ads, die wir selbst bei Google Search schalten würden, wir lassen dir natürlich einen Vortritt, kommt wieder zu, die meisten sagen, hier ist kurz ein Affiliate-Link, mach mal was, schalten aber selbst in den gleichen Plattformen Ads und spielen dir eigentlich voll in die Karte und machen eine Ads so teurer. Wir gehen extra einen Schritt zurück, wir lassen dir einen Vortritt, das Ding läuft, also wir sind jetzt, wie gesagt, seit einer knappen Woche am Markt, das Ding geht weg wie warme Semmel, wir lassen dir den Vortritt, du kannst Gas geben, wir zeigen dir, was würden wir jetzt schalten, wenn wir jetzt das schon schalten würden, du kriegst eins zu eins Mailvorlagen für E-Mail-Listen, eins zu eins Google Display und Search-Ads und ja, und gerne, ja, ich sag mal, personalisierte Sachen hätte, dann einfach wieder eine Mail schreiben an info.sbom.s3.de Jetzt kommen wir mal zum coolen Partner, und zwar die Preise, wir haben insgesamt sechs verschiedene Preise gerade. Wichtig vorab noch zu wissen, Geri und ich schalten Retargeting-Ads, das heißt, wenn du die Ads gesehen hast, das sind Retargeting-Ads, die dir zugute kommen, das bedeutet also, wir geben wieder Geld aus, um im Prinzip die Leute, die du auch auf die Seiten schickst, wieder dazu zu kriegen, zu kaufen und sie daran zu erinnern und der Sale wird trotzdem dir zugerechnet. Eben, ich denke mir drin, weil der Cookie noch drin ist. Das heißt also, wir machen ausschließlich Retargeting nochmal, was wieder allen zugute kommt, die Affiliates sind, beziehungsweise in unserem Partnerprogramm. Wir starten ja eine Challenge und diese Challenge, jetzt muss man vorab sagen, mit den Preisen ist zeitlich begrenzt, das heißt, wir werden die Challenge starten, am Freitag und Freitag, welches Datum ist Freitag nochmal? Ich schaue nicht, meine den 10. Ja, Freitag, der 10. April um 12 Uhr geht die Challenge los. Genau, da darfst du dann, da kannst du dann loslegen, du kannst deine Links natürlich schon vorher platzieren, aber damit du dich vorbereiten kannst, da geht dann die Challenge los und die geht 30 Tage lang. Also das heißt, 30 Tage lang kannst du in dem Sinne Punkte sammeln, jeder Euro ist im Prinzip ein Umsatzpunkt in dem Sinne und dann gibt es bestimmte Umsatzziele und wenn du die erreichst, kriegst du zusätzlich zu der Provision nochmal fette Geschenke von uns. Genau, Erik, jetzt du mit den Geschenken, ich wollte das noch vorher kurz sagen. Sehr, sehr coole Punkte. Also wir haben sechs verschiedene Preisstufen. Wir haben vorne wirklich Leute, die schon sehr, sehr erfahren sind und in der Regel viel mehr Umsatz machen würden, natürlich was. Und die Leute, die neu anfangen, vielleicht mal die ersten paar Tausend Euro machen, wollen natürlich auch was. Wir fangen an bei Platz Nummer 6, das sind bei 2.000 Euro Umsatz. Wir haben einen kleinen Amazon Gutschein, einfach nur Amazon Gutschein, 50 Euro, was on top zu, natürlich mehr Provisionen, als wir schon kriegen, das ist glaube ich eine ganz coole Sache und auch ein easy machbares Ziel. Platz Nummer 5, haben wir wieder einen Amazon Gutschein, der ist bei 4.000 Euro Umsatz und das ist ein 100 Euro Amazon Gutschein. Dann Platz Nummer 4, haben wir bei 6.000 Euro Umsatz und das ist eine Stunde lang mit Nick und mir in Zoom zusammen. In dieser Stunde gehen wir quasi einfach mal drauf ein, okay, wer bist du, was machst du gerade und nehmen dein gesamtes Business, wenn du schon eins hast. Wirklich, ich meine, alle Einzelteile auseinander, schauen uns jede einzelne Komponente an und bauen es besser, skalierbarer, profitabeler zusammen. Nach der Stunde wirst du nicht mehr wissen, was das vorher eigentlich für ein Mist war, sondern wirst du genau sehen, das habe ich jetzt und das Ding kann, ja, so auf die Straße gehen. So, Platz Nummer 3, 8.000 Euro Umsatz, gibt es ein neues iPhone 11 Pro, gibt es einfach so mit dazu, einfach weil du halt gut Affiliate bist, ein guter Partner bist, wieso nicht? Platz Nummer 2, haben wir bei 10.000 Euro Umsatz und das ist alle hochpreisigen Coachings, die Nick und ich jemals rausgebracht haben, wirklich alle, gibt es einfach Profit und Zugang mit dazu. Du kriegst alle mit deinem Topf mit dazugeschmissen zu den ganzen Provisionen, bei über 10.000 Euro Umsatz gibt es alle Coachings. Und Platz Nummer 1 sind bei 15.000 Euro Umsatz und das ist ein Tag lang mit Nick und mir quasi. Das heißt quasi, nicht nur eine Stunde Zoom, sondern einen gesamten Tag von morgens bis abends schauen wir uns dein Business an und bauen es gemeinsam, eins zu eins, an einem Monitor zusammen, viel besser auf, wir setzen direkt Sachen um, wir schauen uns an, was machst du gerade, brauchst du irgendwo Input, wenn ja, wo, wo können wir was umbauen und ging quasi mit dir zusammen einen Tag lang in dein Business rein und skalieren es mal auf die Umsätze, dass du wirklich auch happy bist und ich glaube, man nach dem Tag nicht mehr weiß, was war das eigentlich vorher, wirst du nicht mehr wiedererkennen und ja, wird eine sehr, sehr coole Sache. Das sind die sechs verschiedenen Preise, natürlich vor allem, okay, ich bin neu, die ersten 2.000 Euro sollte jeder schaffen und bis zu dem Punkt, wo dann eben 15.000 Euro Umsatz ist für die Leute, die schon einen Schritt weiter sind, die dann auch schon ein laufendes Business haben, wo es sich eben auch lohnt, wirklich einen Tag lang da reinzustecken. So ist es, genau, das dazu. Du wirst nochmal alle Preise inklusive den Aufteilungen und den Dingen, die wir hier erwähnt haben, einmal schön zusammen aufgeschlüsselt auf der Seite vorfinden und dementsprechend würde ich sagen, melde dich jetzt an fürs Partnerprogramm, platziere schon mal deine Links und schau schon mal, dass du dir überlegst, was willst du wann, wo, wie machen. Wenn du noch kein Kunde von uns bist, dann sichere dir jetzt die CBO Mastery, denn du wirst für jedes Programm, was du kaufst, das ist bei der CBO Mastery, bei Perfecter Funnel und bei Kugelsicherer Ads, jeweils 10% mehr Provisionen kriegen, wenn du es selber gekauft hast. Nochmal on top dazu, wenn du das nicht möchtest, ist das auch völlig okay, dann hast du trotzdem die hohen Provisionssätze von 60% aufs erste Produkt, 50% Lifetime aufs zweite Abo-Modell und 40% auf den Upsell, aufs dritte Programm. Das bleibt trotzdem bestehen und dann kannst du direkt loslegen und du wirst jetzt in zwei Tagen dann dementsprechend das Marketing-Video erhalten, dazu wie du organisch Gas geben kannst, da werden wir ein Training fertig machen und dir Tipps geben und was wir machen würden und wie wir es bisher gemacht haben und dann wirst du im Prinzip am Freitag zum Launch-Tag da noch ein Video erhalten von uns, wie du das Ganze mit Ads machen kannst, was du da machen kannst und wie und wenn du deinen Freunden, Bekannten oder sonst wem was Gutes tun willst, dann schick denen jetzt dieses Video zu und sag denen, hey, hier launcht gerade eines der geilsten Partnerprogramme mit einem richtig guten und exklusiven Programm, was wir normalerweise für ein paar tausend Euro verkaufen könnten, was man für gerade mal 97 kaufen kann, was du bewerben kannst, wo du sogar noch mehr verdienst als die Vendoren selber, so dass jeder Einzelne ein paar hundert oder sogar ein paar tausend Euro an Provisionen dazu verdient und deshalb haben wir den Ansporn ja geschaffen, dass du wirklich hier nochmal Gas gibst und hohen Umsatz bringst und wichtig ist, bei Umsatz zählt der Gesamtumsatz, der kommt von all deinen Kunden, die bei uns kaufen, ja, bei den ganzen Interessenten, die du nachher reinbringst und dabei zählt nicht der Affiliate-Umsatz, ja, sondern es zählt der Gesamtumsatz, der gemacht wurde in dem Sinne und nicht das, was du als Affiliate an Umsatz gemacht hast. Also für dich verdient das an Provisionen, sondern was an Gesamtumsatz beispielsweise interessiert ist, ja, und der Funnel, den wir aufgebaut haben, der ist natürlich noch hinten dran, werden wir die Leute nochmal, wenn die die Upsells nicht gekauft haben, daran erinnern, die Upsells zu kaufen, mehrfach. ein E-Mail-Schüler gebaut ist im Jenseits von Gut und Böse, also das heißt, wenn jemand jemals darüber nachgedacht hat, das zu kaufen über deinen Link und es nicht getan hat, kommt von uns so viele E-Mails, bis das gekauft hat und du deine Provision bekommst. So ist es. Also von dem her kannst du eigentlich nur gewinnen, das ist das Geile daran und ich freue mich jetzt, dir gleich in den nächsten Videos zu zeigen, wie du das Ganze vermarkten kannst, falls du nicht schon eine Idee hast und für weitere Fragen kannst du uns einfach eine E-Mail schicken an info.cbomastery.de und alle weiteren Informationen findest du unten in der Beschreibung auf dem Link und an der Stelle würde ich sagen, sehen wir uns dann im nächsten Video. Ich freue mich schon mal darauf. Das war es von mir, dein Nick und Erik. Bis dann. Mach's gut. Ciao. 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 Ciao.